hey leute willkommen zur nächsten folge ARK Survival Evolve mit der schnitzelle schnitzel? ja hallo ja peter ey muss peter noch weiter leveln aber warte mit f kann ich auch sein ich bin noch unsicher was ich leveln ist ja peter was hast du mit peter gemacht es geht um peter ist mein Lieber Krimus also kann ich was soll mit diesem komischen D-Unden was soll ich mit dir gemacht haben so machen so machen dann mach ich gewicht mehr Gewicht oder ja mehr Gewicht Töte ist Hans-Peter Töte ist was ist deine Schadenszahl nicht? ja seh ich voll geil ne und er hat übrigens hunderttausend HP ne ist das viel? ja, wer soll er mit 600 oder so ist normal eigentlich gut, das wollen wir uns aber an dem, dass wenn die Tiere tötest, dass du sie nicht abbauen kannst wie meinst du das? du kannst Tiere einfach nicht abbauen also dass die Tiere, dass du das Fleisch in seinem Teil kriegst, weil es ein Pflanzwasser ist, kannst du hier abbauen ja mal hier mit der Axt da hinten leuchtet irgendwas lila ah hier ist so ein Langhalsdino-Roboter, den nicht angreifen oder? der macht mich tot warte ich komm mal zu dir der macht mich safe tot da hinten ist... du musst auch hier nö, 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 nö kommmit, kommmit, fliegt hier über den Wald, im Wald ist der der ist so lila am leuchten ach so, ja, der macht sich ja nicht tot, nein, nein safe nicht wo das sind brauche, Soros aber das ist auch nur Alf oder Apex, Apex wir sind ja noch auf den gehen ne, ich will schauen, ob ich... der ist... mein Dino ist jetzt Level 600 ein Hit wirst du bestimmt aushalten uh, der kann noch weiter leveln, glaube ich ja, aber... brauchst du ja nicht weitermachen ja, aber... brauchst du ja nicht weitermachen also willst du diesen, äh... lilanen angreifen? warte mal warte mal oh, noch 19 Level Ups mehr ging nicht ähm... vielleicht gleich, warte mal ich muss Gewicht von meinem Dino noch ein bisschen erhöhen möchtest du wissen, ja äh... meine 519 ist mein Dino ich meinte aber den, ähm... den Pronto ne, Brachium die Lihannung ja keine Ahnung, schau du doch nach ja, der ist so, der wird 92 32 90 ich glaube, so schaffe ich ich sag mir, du musst alles selbst herausfinden, weißt du, so, du bist ja neu in diesem Spiel ich probier's erstmal mit nem normalen Langhalsdino ja, der ist übrigens nicht normal, den greifst du nicht an den Köden, noch gebrauchen, ja also der rotliche, der mit den deutschen Augen, den Köden, noch gebraucht, bitte nicht angreifen um in der mit dem Weg wie ich hatte er kommt Papel gespalten gefühlt aber in der Hand greifen ich traue mich gar nicht erst in die Richtung gerade mit zu sein ich komme ich bin auch neben den Jungs das ist man sie nix wir müssen offen ich würde mich in der Sumpfgebiet gehen das sind auch nieder oder nicht ja jedes flächere ist ja eigentlich jeder aussah das ist ja gekommen kommen er hat er war ein Junge ich mache mich in die Noto es hat auch kein Ding ist den linken den kannst du aber das ist ein safe pärchen und der eine greift nicht an nein vertraue mir der greift dich nicht an auch wenn er dich angreift der wird dich nicht töten du hast zu viel leben ah er greift mich an aber wie schade greift auch mich an er macht 300 schaden dein ernst hast du mich gerade mitgezogen irgendwas hat mich gerade weggezogen doch du hast die distanz glaube ich kompletten umgedreht kann nicht sein das level 28 ja der ist ja absolut schwach den linken kannst du töten der macht gleich sogar mehr schrauben hui also willst du den Niedern angreifen aufhör mich rein zu fliegen weiter kannst du den Niedern bis mal den Niedern angreifen ich kann ihn gar nicht angreifen doch den Niedern nicht stehen da der Niedernand ja der ist schwach ja trotzdem kriegt er dich tot weil er viel zu viele Leben hat wie viel Leben hat er denn guck mal nach hab ihn hallo hast du ihn gerade aufgegessen hab ich Mann ich würde das machen wo ist der Lila ne im Wald so und der Lila hat was für ein Level 92 92 alter das ist wesentlich höher als wie der gerade der gerade hat auch voll viel ausgehalten ja die halten nur viel aus aber du hältst ja auch viel aus ok dann ja ich halte nur 100.000 aus der gerade eben hat guck mal hätte der gerade eben mich 100 mal gehittet ne 300 mal gehittet wäre ich tot ja 300 mal schön mal ich guck mal da sind noch ein paar andere neben ihm ich will nicht ja die der Ding ist guck mal nach wie viel Schaden der macht nein Junge mein mein Dings hat vielleicht sogar ist nicht hat nicht viel Leben da ist sogar noch ein roter in ihm drin ja der roter ist nicht mehr ist nicht wichtig aber die werden mich im Team nein 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 der andere der andere der reine roter ist genauso wie der andere den wir wieder gegen den krank gekämpft hast der macht 3000 Schaden alter in 9000 1.900 Schaden wenn du den kriegst du hast hier Potions nur so 10 vor ich höreste erst mal mein Dino lobt das ist noch 7000 Schaden ich glaube du solltest da weggehen echt? ja der macht manchmal 7000 Schaden ja der macht die ganze Zeit nur 3700 ich glaube der läuft mir hinterher ja äh nehm nicht hier Porsche oder so lockt ihn bloß nicht zu unserem Haus oder es hat dieser direktrund Dino oh nein der ist dann her das ist dann fündig einfach ich glaube ich muss ihn doch bekämpfen oder ähm du kannst die Portion zu nennen die momentan machen und wiederhielt von ja ich weiß mache ich ja muss auch wieder das auch der Elektrodenken also denn unser Haus kaputt gemacht aber der kommt auf mich zu ich würde absolut weggehen aber ich werde auch den Fäbel und schweißen ich hoffe der Heil wird äh 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 die kämpfen hoffentlich oder? nein wenn den nicht ne? normalerweise nicht dann renn ich weiter ich glaube mein Dino war sehr schnell im Wasser ist mir gerade so aufgefallen kann das sein? irgendwie ist mein Dino doch nicht schnell im Wasser oh doch der ist unnormal schnell im Wasser ach schon das geht es ja mag wenn du bei mir dran bist ey geh nicht ins tiefe Wasser und versuch Kontrolle darüber zu halten geh ins tiefe Wasser aber versuch Kontrolle darüber zu halten sonst stirbst du und fällst alle deine Items wenn du keine Kontrolle darüber hast ein ziefe Wasser gehen einfach geh am besten hier auf die andere Seite weil ich zu weit ein ziefe Wasser v oder wie? nein 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 wenn du zu zu schnell an eine Küste dran fährst oder an eine Erhöhung fliegt manchmal hoch an die Barrier obendran und stirbt da wie lange ist das nicht mehr hinter mir her oder? nein ich sehe ihn nicht mehr haha gut ich bin zu schnell für ihn glaube ich gewesen bist du hier zu Hause? ja oh ich sehe hier irgendeinen roten Schweif das sieht toll aus nein 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 den hinterher sind zu zünden den mein Freund den hinterher ist so nicht ja äh verhalten ich will rote Dinos töten damit ich die Restung voll haben kann aber da sind noch zwei andere Raptoren die rot sind sogar drei die darf ich aber töten oder? was du willst oder hast du ihn jetzt probieren? mit der Axt ne? was? mit der Axt muss ich die abbauen ja diese Hasen sind lauter als was weiß ich ich glaube ich könnte jetzt eine volle Alpha Rüstung machen für mich und für dich vielleicht auch sogar soll ich das machen? ich brauche keinen was haben die Alpha Dinos denn für Vorteile? die halten mehr aus oder wie? ok ich jetzt ich bring das Prinzip bei ok du brauchst normale Dinos damit kannst du hier Toxic Dinos ziehen die sind dann einfach stärker als normale Dinos ja mit den Toxic Dinos musst du Eier legen die musst du Eier legen lassen mit denen kannst du dann äh äh Alpha Kibble machen wo du dann normal wo du dann Alpha Alpha Tiere zählen kannst ja dann gibt es Alpha Tiere danach kommt das gleiche Prinzip bei bei Alpha Tiere und dann kannst du damit mit Alpha Kibble Apex Tiere zählen und immer so weiter und irgendwann dann gibt es halt wie du in diesen Dings siehst diese Bosse diese gelben die musst du halt alle besiegen und dann kannst du die ähm stärkeren Bosse die auch da dran sind besiegen und du kannst selbst einen Dom Empower Boss auch zählen ja ok was für eine Rüstung hast du das ok du hast die ersten keine Ahnung ähm ja ich ich tue meine alte Rüstung einfach hier rein ne als Ersatzrüstung äh 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 ich geh mit meinem Dino weiter auf ich will ein Alpha Dino zählen ich bin nochmal weg aber die Alpha sind du kannst ihn doch nicht zählen hast du mir nicht eben gerade zugehört ach ne dafür braucht man diese Eier ne warte wie zählst du deinen denn äh äh der äh der ist nur bewusstlos erzählt den zählst du nicht ne ja ich hab ihn bewusstlos geschlagen dass er da bleibt und was brauchst du nochmal um ihn zu zählen ich hab dir nämlich nicht zugehört ich brauch dafür Toxic Kibble ne Alpha Kibble Alpha Kibble Toxic Kibble Alpha ich brauch Toxic Kibble um ein Alpha Dino zu zählen ne 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 ich brauch ein Alpha Toxic Männer nicht brauchen Alpha Kibble um Alpha Dino zu zählen so ein Toxic für ein Toxic ja okay Alpha Kibble, Alpha Kibble, Alpha Kibble da habe ich was kostet dann so ein Alpha Kibble Toxic Blut Toxic Egg Mojibärde gegrittes Blut okay Zitronen Toxic Egg und Toxic Blut das ist das Problem oder? okay wie kriegst du Toxic Blut und Toxic Egg? Toxic Blut kriegst du von Tieren die du kützt hast Toxic waren was? so aber wir sollten erst welche zählen Toxik Tiere oder? Toxik Tiere damit wir welche zählen können damit wir auch Eier kriegen nur so und so ein Ding vor allem Dodos sind das sehr praktisch für Toxic Dodos mhm nur dann habe ich noch kein einzigen gesehen wie kriegen wir Toxic äh 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 wie kann man Toxic zählen mit ähm mit Toxic Kibble Toxic Kibble ja uns nach Karotten drüber umfällt und die versuche ich ja gerade versuche ich ja gerade zu pflanzen okay ich verstehe aber wir müssen trotzdem auch Toxic die Nuss töten ja was ist grün? grün ist Toxic oder wie? ja gut weil hier ist so eine grüne Schildkröte wo? ah ja die ganze töten obwohl die können wir auch zählen ja ich hab jetzt erst mal passiert auch 100 Leute ja gut aber wir können die Eier nicht zählen so töten wir die lieber die Klinik Eier deswegen also ich weiß nicht ja Töten geht auf den Weg wow bitteschön äh ach ach es macht so Spaß Dino zu töten das stimmt was für ein Level bist du Dino? äh geh mal aus dem Weg oh Level 16 dich kann ich sogar so töten oh Gott ja ok tut mir leid dein Dino ist tot den du zählen wolltest er ist nämlich gerade aufgewacht hat mich angegriffen und mein Dino hat ihn getötet bist du noch da? ja dein roter Dino ist tot tut mir leid wir könnten ja in der Theorie noch eine andere Mod drauf machen nein keine weiteren Mods warum ne? tut irgendwie nicht gut nein da gibt es noch noch lustiger Dinos alter weißt du wie Norman es gerade leckt weil du so weit weg fliegst oder schnell fliegst ich bin noch bei dir nebendran aber gerade eben bist du kurz geflogen alter wo ist die der schöne Phase? Folge auf Nullgefolge äh Inventar öffnen oh lol oh lol ich hab richtig geile Sachen äh gefunden lila ist gut für Blueprints also lila Blueprints ja ja small xp ja aber abfüllen wir uns raus gar nicht anzufangen ok ich hab ne small xp portion gegessen die ich bekommen hab 1 level up oh cool ähm boah ich glaub ich geh nur mehr auf ähm ja weil ich hab richtig viele lila Sachen bekommen dich töten ich hab äh ne ja ich tu das mal rein ich hab auch so nen äh äh Betäubungsstab in lila ne äh nicht lila sondern doch lila he he äh 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 ähm wir brauchen ein bisschen Kotte ok das kann ich ja wegwerfen wir brauchen ja nur die lila Dinger da die krassen davon immer ähm ja ich hab auch ne bessere Axt und so ne und ne iplay na hier die rote Rüstung hab ich auch Helm und Hose in lila oder äh ich werf den alten blauen Helm weg oder ja ne kannst mir gehen ne nein nein ich mein jetzt hier als äh Blueprint naja kannst du nicht machen Blueprint brauchen wir eigentlich gar nicht jetzt will ich noch mehr Blueprints sammeln das macht Spaß tschüss 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 ich hab vergessen wie er die Attacke macht ich hab vergessen wie mein Dino die Sprintattacke macht nach vorne äh kann sein dass du die Mods nur herausgekommen hast also nicht richtig wirklich rausgesucht hast sondern einfach nur oh sieht lustig aus installiert hast ich hab die schon gespielt äh na ich meinte davor wo du die Entschuldigung findest du ne den Freund hat mir gehört die mir ok im vorhinein ich hab die mit einem Freund schon gespielt aber nie durchgespielt nie durchgespielt nein Bruder Bruder da stand grad dass ich einen ganzen Triceratops Körper ziehen kann ist das normal? ey ich hab nen Dodo ohne Hut gefunden ganz normal ist das gut? ne den kannst du zählen soll ich? kann's ruhig machen will ich nämlich gar nicht der ist nur 44 willst du den haben? ich könnte ihn betäuben und für dich mitnehmen äh kann man betäubte Tiere ziehen? ne ne äh also keine Ahnung was hab ich hier ab wenn du den haben willst dann würdest du kurz kommen sind 400 Meter von dir willst du? Schützel? willst du den Dodo haben? ansonsten geh ich jetzt weiter 1 2 ja scheiß drauf brauchen wir nicht gut alter hast du ein langsames gehören ich hab grad überlegen ich hab ich bin grad noch etwas überlegen also du und überlegen das kann ja nur schief gehen halt deine chance guck daran erkennen wir dass ich die Wahrheit gesagt hab dass es nur schief gehen kann wenn er überlegt so die Folge ist dann aber auch schon vorbei ich würd sagen in die nächste Folge ich noch weiter sammeln Dinos ja 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 also töten Dinos was hab ich überhaupt von dem Blutfeld bekommen? was bist du denn für ein kleiner naja ähm wir sehen uns beim nächsten Mal ciao